Hey, es läuft. Alles cool. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Existenzielle Sorgen, weisst du. So grundlegende Sachen, Leben, Tod, du weisst. Ich bin vielleicht nicht, wie nennt man das? Ökosystemrelevant? Ich bin einfach ein blöder Schnäpfer. Mich aber wegen dem nicht schützen. Habt ihr einen Vogel? Vielleicht bald nicht mehr.